Hallöchen und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Ich stelle mir hier den Dingschen mal kurz vor uns hin. Ach, das war klar. Ich kann schon gleich den anderen. Ich bin dann weggefahren, wenn ich die zwei geholt habe. Ja. Kann man noch was zu trinken? Jawohl, bis gleich. Rollrasen. Hast du Rollrasen auch gekauft? Ich glaube nicht schnell. Warte mal kurz, weil... War das wohl die falschen? Mhm. Au. Nein. So, bleib du mal da am Kran. Ich hole die kurz. Dann fahre ich den mal kurz weg. Jo. Bagger müssen ja noch da stehen. Mhm. Ja, schnell mal mit dem Pritschikran. Also. Dann war ich am Kran. Ja. Äh. Äh. Warte nicht. Ja, voilà. Rollrasen. Zweimal Rollrasen und... Dann packst du mir die mal drauf. Juhu. Ja, reicht. Machen wir es mal einfacher. Sag dran hat er das Ding. Das fühlst. Hallo. 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 dann kannst du gleich noch mal beton gießen wenn du bock hast aber sieht schon geil aus und gar nicht als wäre es so mutig wie im ding was bist du weg hast du es aber bildschirm schwarz wahrscheinlich fenster oder fenster modus dinge ja ich habe das pop-up fenster drauf gemacht habe ich auch gemacht was mit ihr angezeigt wird bei mir macht das möglichen voll muss auf eine browserquelle klicken im OPS und dann einfügen und bei mir im Bild da wo die Geschwindigkeitsanzeige drin ist ja da unten ist das so ein Zahnrädchen da ist ein Pop-up Fenster wenn du das sagst ja acht jaja genau jetzt verstehe ich jetzt verstehe ich's so ne ja genau perfekt und jetzt schneidest du das noch ein bisschen zu dann klappt das schon oh also im OPS ein bisschen mit dem Alt gedrückt halten dein Spiel wieder im Vordergrund halten also ja also ja also ja also ja also da muss ich wieder jetzt erstmal dein Stream erstmal wieder nach oben machen so und da hat's doch ja und da war jetzt hast du quasi dein dein Spiel dürft jetzt im Hintergrund genau jetzt klappt's wieder so du kannst wenn du möchtest hier mhm genau es hat die mir es haben es haben uns beide im 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 expressing ja So Alles gut Da war mich grad so komisch So die nächste Aufgabe Die haben wir ja schon Ja, Beton Also wie gesagt, der Betonkübel dürfte doch voll sein Dann fahre ich schon mal den großen LKW zurück in Richtung Baustoffhandel Und wenn ihr Lust habt noch mitzuspielen Und dann CS15 seid ihr gerne herzlich eingeladen Einmal wieder den Bartolo 89 Server suchen Und 1, 2, 3, 4 Und schon seid ihr dabei Habt Spaß, habt Laune Frei der Rabenposaune Ich bin mal gespannt, wie das da bei Assetto Corsat anläuft, ey Ja Natürlich auch noch eine Idee Mit denen leid die man dann zusammen streamen tut Wild reinhauen kann Ja Bau den Kran irgendwie nochmal ab Und sie ist ja grad komplett verbracht Äh, ja gut dann einmal Na gut, ist okay Okay, hast schon Sage mal Herr Beatwicker, warum könntest du denn keinen Trackfahrten Sind seid ein bisschen bescheuert, oder was? Bisschen ballaballa So spät Dann müssen wir nochmal Fahrschule gelernt werden Ich erinnere mich nicht an die Fahrschule So So, jetzt kriegt der Boss erstmal hier einen schönen Drehwurm Ah, weiter geht's Ah, ja, jetzt geht das mit dem hoch und runter wieder Das war mich grad komplett verpackt Das ging nämlich eben gar nicht Alles klar Ja Ja, zum Glück ist der Kranraum so lang Mhm Weil genau die gleiche Einstellung Wenn du zum Beispiel den Gastauftritt machst, ja Und du hast es, ähm Über ein Popup Fenster lässt du das zum Beispiel laufen Dann funktioniert es auch so Ah, okay Okay Nice Du musst nur eine Browserquelle haben Dann kannst du jeden Wie bei Skype so einen Anruf quasi machen Mhm Sagen wir jetzt zwei Gäste ein Dann über die Browserquelle Dann kannst du es gut schneiden Webcam Schön Ui Yeah Oh, wow Richtig geiler Donut Naja, ein Donut wäre einmal mit der Achse Ja Oder geiler Drift so Ah, genau Das hab ich mal damals mit dem LKW Mit dem Ding probiert Mit dem G720 Ja So Ja Ich weiß mich nicht Ja, ich weiß mich zur Zeit nicht so, was ich mir aufnehmen soll Also eigentlich habe ich sehr viele Spiele Ja Äh Betonbescheins Ich eigentlich auch Ich würde gerne zu Bass aufnehmen, aber die Aufnahme leckt einfach komplett Ja Achso, du musst ja gleich rausfahren, verdammt Mh 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 Einer fehlt noch Ne Achso Der Rollrasen Ja, warte mal Ne, der eine ist hier drin, aber der ist hier so in der Ecke drin Ja Dann haut er mal auf die Setzlinge drauf Ja, warte Wenn ich ihn präge Ja Warte, 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 warte Ja Warte, warte, warte Ja, passt Ne, passt Ne, passt nicht Äh, du hast mich wieder doppelt im Bild drin bei dir Echt? Ja Ah ja, so ganz leicht, ja richtig